Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Omsi2, den Omnibus-Simulator. Tja, es handelt sich diesmal um einen Map-Waldhofen und es handelt sich diesmal um einen MAN-Stadt-Bus-Familie-Add-On. Und zwar, heute stelle ich euch diesen MAN-NG-313 vor und ja. So. Äh. Dann mach das erst noch an. So. Wir fahren die Linie 598 von Waldhofen-Bahnhof. Das ist eine Ringlinie. Wieder zurück nach Bahnhof. Abfahrt um 12.45 Uhr. So, warum kann ich jetzt hier nicht das ändern? Äh. Was ist jetzt? Achso, doch. Äh. Ich kann sogar... Ich kann sogar zum Hauptmenü. Achso. Ah, hier haben wir die Linienliste. Ja, die haben aber hier nicht drin. Sonst gucke ich nochmal schnell kurz. So, Linienliste, Waldhofen. Äh. Modellkonfiguration haben wir auch. Radkappen vorn. Kann man sich hier verstellen. Radkappen vorn. Typ alt. Äh. Typ neu. Jetzt nehmen wir erstmal die alten. Bus hat auch sogar... Hier kann man sogar auch Klimaanlage reinmachen. Äh. Äh. Ja. Bremslicht-Hackscheibe. Aha. Das machen wir mal. Ey. Äh. Wir haben noch hier, äh... Spiegel kann man verstellen. Äh. Typ B. Ich mach das aber jetzt mal so. Sitze. Typ B. Ah, cool. Typ A. Ah, ja. Entwerter. Wollen wir mal denn den Entwerter? Ah, ich glaub hier sind die Entwertern. Ja, das müssen die Entwerter sein. Das müssen die Entwertern sein. Infrarot Barke. Was ist das denn? Keine Ahnung. Spiegel-Innenraum. Ah, ich glaub das ist der Runde da, oder? Ja. Tatsache. Letzte Runde. M-A-N-Emblem. Emblem. Von. Mach mal an. Mach mal auch an. M-A-N-Emblem. M-A-N-Emblem. Halteschlaufen Ja, ich glaube, das ist die Das ist die Haltestellenbremse, genau Das ist die Haltestellenbremse In Anzeige machen wir an Seitenschilderhammer Ne, ich glaube, das hier sind die Seitenschilder Oder? Typ B Keine Ahnung Lautsprecher machen wir an Dann haben wir hier die Das ist ein bisschen verbuggt Dass die Lautsprecher nicht drin sind Das ist ein bisschen kacke Okay Türöffner Nur mit automatischen Türen Je nach Türtyp Am Wagenkasten oder auf der Tür Okay Scheibentyp Genau, das sind die Genau Das ist die Einzelfrontscheibe Und Scheibentyp Genau, das ist die mit dem Geteilten Frontscheiben Rampe machen wir an Scheinwerfer Okay Omsi 2 Was soll das denn jetzt? Scheinwerfer Schmutzhänger machen wir an Da haben wir auch die Schmutzhänger Türwarnton Machen wir mal an Matrix Ja Motor Okay Türen vorn Türen mitte Türen hinten Wagnummer Kann man anmachen Hofdatei Hofdatei Okay Haltestellern Sagen mache ich an Werbung Haben wir auch Und wir haben Türsteuerung Das ist ja cool So Jetzt müssen wir aber Den Bus jetzt mal Starten So langsam So wie geht das jetzt? Moment mal Route 01 Ja Was? Warum sagt ihr jetzt Falsche Route? Warte Warte Gib's doch ein Route 01 Ja und jetzt Falsche Route Hä? Was ist denn das jetzt? Ah 5 9 8 0 0 Ah ne das ist die Linie 598 Achso ja Ja dann habe ich mich wohl gerade Vertan Linie 5 5 9 8 0 0 So fertig Route 01 Aha Da machen wir gerade mal ein Foto Für das Gerade nochmal ein Foto Für das Let's Play So und dann Warte Warte So jetzt Okay so So jetzt Ach das sind die Außenschwenktüren Einmal normal Ja Ah ja Das sind jetzt die Außenschwenktüren Okay Okay Das sind die Außenschwenktüren Das sind die Außenschwenktüren Das sind die Außenschwenktüren Beim nächsten Mal Beim nächsten Mal Nächste Haltestelle Am Stadtring Ah War gerade übersteigt Am sie mit deiner Ruckelei Nächste Haltestelle Fuldaer Straße Am sie ey Gott So wo müssen wir jetzt hin Links Ja Ja Da links Genau Mann Scheiß Ruckelei Mann Stell gleich hier die scheiß Einstellung nochmal ein Meine Güte Kannst jetzt mal bitte hier Während ich aufnehme hier 40 Minuten lang flüssig laufen Danke Scheiß Spiel Ja komm Fahr Muss da rein jetzt So das ist hier die Haltestelle ne Ja Hallo Hallo Nächste Haltestelle Neues Rathaus Das ist hier Nächste Haltestelle, Waldhofen-Arkaden. Ah, scheiß Ruckelei. So, das wird jetzt, äh, schwer. Ja, das ist ein bisschen scheiße gemacht. Hier die Gasse da. Ja, kann ich da jetzt endlich mal raus jetzt. Ja, und übrigens, für diesen Map müsst ihr euch den, äh, da müsst ihr den, äh, Hamburg-Tag-und-Nacht-Add-On benötigen, für diesen Map. Weil sonst funktioniert die Karte nicht. Nächste Haltestelle, Schwarzwaldstraße. So, Ringlinie muss jetzt rechts. Oh, ist das hier wieder eine Stauparade hier, ey. Gott. Ja, ich finde auch, auf dieser Map macht es auch hier Spaß zu fahren, finde ich. Jetzt, jetzt läuft Omni wieder flüssig. Oh. Hallo. Ah, die Farges steigen ja auch hinten ein, okay. Komm, geh zu, du scheiß Tür. Danke. Ah, Ampel wird grün, okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, hier ist Sackkasse, da müssen wir links. Alles klar. Nächste Haltestelle, Wohnpark Alte Kaserne. Nächste Haltestelle, Wohnpark Alte Kaserne. Bei dem Außenschwenktüren ist es so. Bei dem Doppelaußenschwenktüren. Dass der Spiegel sich auch mitbewegt. Gibt ja auch mit dem Außenschwenk... Mit dem Außenschwenk. Gibt ja auch einen mit dem Außenschwenktüren, mit dem Doppelaußenschwenktüren, wo da der Spiegel da, wo da der Spiegel da an den Tür dran hängt. Gibt das auch sowas, ja. Nächste Haltestelle, Fachhochschule. So, jetzt kommen die Schranken. Okay. So, Pause. Abwarten. Hallo. 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 Guten Tag. Tag. So, Fachhochschule um 12.57 Uhr. Haben wir noch zwei Minuten. Das ist die Außenschiebetüren, ist das sogar. Keine Außenschwenktüren, sondern Außenschiebetüren. Was ist denn das? So. So. Ja, ich hab übrigens auf Facebook gelesen, äh, dass, dass, äh, dass noch, äh, paar neue Busse rausgekommen sind. Und, äh, ein 10-Meter-Line-City und ein 12-Meter-Line-City ist rausgekommen heute. Ne, gestern war das sogar. Gestern ist das sogar. Und sogar auch der Neoplan ist auch jetzt rausgekommen. Für Omsi. So. Und, äh, Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. Eine Frage habe ich. Hallo. Tag. Oh, Ampelgrün, sauber. Oh, grüner Pfeil. Sauber. Nächste Haltestelle, Brandholzstraße. Ah, hab vergessen, die Ansage wieder ein Stück vorzuspulen. Also weiterzuspulen. Ja, ich glaub, letztens sind wir ja mit dem NG-313, mit dem, äh, mit diesen Einzelfrontscheiben gefahren. Jetzt fahren wir das Ganze heute mit den geteilten Frontscheiben. Okay. Nächste Haltestelle, Gelderbachtal. Überland. Ja, ist sehr abwechslungsreich, die Karte, finde ich. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ah, hier ist die Haltestelle. Ah, war sehr wichtig. Ja, Ruder, hinten, Schnauze da. Fertig. Ich hab die Haltestelle beider übersehen, ja? Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, der war noch grün. Nächste Haltestelle, Abzeigklinik. Ja, ich hab die Haltestelle, Abziehklinik. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war gerade Bürgersteig WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Der wird aber grün wieder Nächste Haltestelle, Theater im Alten Postamt So, Kreishack herkommt So, ich hab Vorfahrt Onsie, ey Nächste Haltestelle Elsterkamm Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle 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 Nächste Haltestelle Clemens Weg Nächste Haltestelle 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 Ah, scheiß Ruckelei, ey Omsi Mann, die scheiß Performance, ey Was ist denn das? Mann, ich krieg gleich den Raster wegen der scheiß Ruckelei, ey Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhof Enthaltestelle, bitte alle aussteigen Ja, das war's mal wieder für heute mit dem Let's Play Mit Let's Play mit Omsi Hoffentlich hat's euch Spaß gemacht Wenn's euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben Lasst ein Like da Und freu mich, wenn ihr das Ganze beim nächsten Mal wieder einschaltet Mit Omsi Und sage euch Danke fürs Zuschauen Tschüss, bis zum nächsten Mal Euer Brian Bausch und machte die Hut So 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 Das war unser MAN NG 313 Hautet rein Tschüss, bis zum nächsten Mal